ja guckt euch diesen geilen vorhang doch mal an so habe ich mir das auch vorgestellt dass dieser vorhang einfach on point alles abdeckt dort so habe ich mir den spaß auch vorgestellt das finde ich kurz das finde ich mehr so langsam wird das häuschen sehr schön muss ich zugeben das muss ich ja zugeben langsam wird das häuschen sehr schön und ich würde sagen wir machen einfach dann hier auch noch mal eine schöne glas wand rein das hier wollte ich ja noch umändert und zwar finde ich sieht das nicht so schön aus im vergleich das wohl war da machen wir mal so zu da machen wir mal so zu dass das dass das so ich würde sagen dann mache ich nämlich das einfach so andere seite natürlich auch noch mal die dinger weg und nicht stimmt hier war fand ja da geblieben man so so machen wir hier den so zwar den da so zu zack 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 ich habe noch ein paar treppen das ist super dann nein zack 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 machen wir den einfach so zack 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 und zack 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 das sieht schon mal ein bisschen besser aus als dieses steingebilde was vorher da war und hier oben hier kann ich dann was weiß ich noch eine truhe hin bauen oder so mache ich hier noch mal eins das meist hier noch mal kurz das so hin und hier kann ich dann sagen okay komm mache ich aber stein treppen glaube ich hier noch eine kleine truhe wo ich noch was rein bauen kann so das sieht aus als wäre hier gar nichts aber das ist eine glas wand das ist schick das ist schick so ich glaube so kann ich das glaube ich am ersten laufen lassen machen wir hier noch eine fix schick schick so war da ab hier fing das an genau der seite machen wir nämlich dann auch noch mal so ein fenster das muss bleiben so 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 und dann hier zack 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 einmal kurz ob nein das war falsch zack 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 jetzt muss ich kurz mal runter dann gehen wir mal kurz schlafen und einmal nach draußen weil es müsste ja trotzdem noch sand zu glas gemacht wurden sein genau da kommen die zwei dinge die zwei dinge erwarte ich jetzt auch noch ab so dann haben wir auf jeden fall hier noch ein bisschen glas für die fenster ordentlich licht drin kann ich da eigentlich der sache da kann ich lichter anbringen problem ist halt leider dass das sehr doof aussieht in dem vergleich weil hier ist ein fehler drin da muss fenstern links hier mit ich da muss ich noch gucken wie ich das mit der beleuchtung mache mal gucken ich brauche aber auf jeden fall zäune noch ich brauche noch eine bezaunung das heißt war noch mal nicht stimmt das war so so und in der mitte links genau ich glaube das sollte reichen jetzt muss ich mal kurz gucken ich glaube so wie das war das gartentor oder es war doch eigentlich das gartentor wenn ich richtig liege mit denen so und so genau das war das gartentor was wie war denn hier jetzt noch mal die normale klappe es gab doch diese normale klappe also jetzt doch hier falltür okay so also so also 12 ich glaube zwei sollten reichen zweimal zwei sozusagen also vier ich glaube ja doch sollte reichen und zwar würde ich gerne dann hier den weg nehmen und daran sitzen sagt sagt um gut und hier oben im türmchen fall im türmchen ist das glaube ich am ersten hilfreich weil dann kann ich so runter zack so hoch zack und trotzdem hier so lang gehen und dann mache ich den mal weg stelle da eine fackel drauf stelle da eine fackel drauf den da weg stelle da eine fackel drauf so ne boah diese aussicht einfach göttlich du weg du weg du weg da eine fackel drauf nicht dran so du weg du weg du weg da eine fackel oben drauf so zack 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 ja kann man machen kann man machen naja also diese allein schon diese interessante aussicht die nicht geladen ist von hier oben kann ich dann wenigstens sagen okay hey komm mal eine kleine aussicht plattform da kommt noch eine truhe hin da sind die fenster soweit schon mal fertig da muss ich noch gucken was ich damit ein dings mache da kommt nämlich das glaube ich das bett am besten hin da würde ich aber auch so ein doppelbett in bauen wollen also hier so zack 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 so sagen wir mal wir gehen das hier ist das mittige 1 2 3 4 5 lump ja dann habe ich hier drei dinge die baue ich dann noch so mit so halben slabs vielleicht ein so ja das das kann schon nice werden das kann schon richtig nice werden hier unten baue ich dann mir so eine küche und es bereich und so hin das wird alles so nach und nach hier entstehen so da habe ich noch tun wir machen schilder warte mal wenn ich jetzt dings schild machen kommen die schwarzen naja ich brauche natürlich gut lesbare schilder das heißt es macht am ersten sinn mir schilder diesbezüglich zu machen damit ich da auch das drauf lese was da was wo war da hier und so ok war jetzt würde ich langsam auch anfangen mal ein bisschen zu sortieren werde mal die ganzen werkzeuge und so können da erstmal irgendwo mit rein die tun die brauche ich noch aber die ganzen fackeln und so die ding kann erstmal weg so weil dann sammle ich jetzt erst mal ein bisschen das darf ein und sortieren mal kurz das lager ein und da ins lager so jetzt die frage mache ich links die blöcke rechts erstmal die anderen sachen oder andersrum ich glaube ich mache rechts jetzt erstmal die blöcke das heißt hier kommt als erstes bruchstein rein da kommt dann sagen wir mal ich baue mal das schild hier an kommt hoch stein ja ok obwohl das macht jetzt das ist da wirklich lesen kann man es aber auch nicht hoch stein kabel ich kenne es ja unter kabel stone so dann würde ich sagen an die sieht an die sieht so genau machen wir hier links an die sieht so dann würde ich sagen hier kommt diorit das ist kalt stein die 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 man war doch richtig geschrieben die die wir die 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 auch wenn es polierter ist kommt erstmal damit rein sodann kalt zieht kalzit so kommt da kalzit rein so dann fangen wir hier mit eichenholz eichenholz erstmal mit eichenholz eichenholz bretter eichenholz bretter eichenholz bretter da sind auch noch mal bretter so die treppen packe ich auch mal hier mit rein das sind ja eichenholz treppen die schilder die brauche ich ja noch deswegen lasse ich die mal da mache ich mal schwarz bei dann mache ich da auch damit das richtig sieht eichenholz eichenholz da kommt dann schwarz eichenholz schwarz machen wir hier unten die bretter hin so birkenholz wirkenholz zack dann haben wir hier schon mal die wirkenholz bretter mit drin so bei cobblestone weiß ich noch nicht da werde ich ja einiges haben deswegen lasse ich die reihe mal hier frei die hier unten macht das später gucken so sand 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 und sand stein kommt da auch rein so erde werden wir ja natürlich auch vieles noch haben aber später aber so da ich sand ja natürlich nicht zu viel haben werde glaube ich wohl eigentlich könnte ich ich habe ja platz eigentlich ich habe ja platz dann deswegen tiefen schiefer tiefen obwohl weil sie was ich mache das anders ich mache das anders das ist hier weg das hier weg so auch die sachen daraus nehmen ich mache das anders den lasse ich mal für bruchstein einzeln aber hier mache ich dann diorit so leiter diorit an die sieht an die sieht an die sieht hier kommt nämlich tiefen schiefer auch noch mit hin tiefen schiefer so dann haben wir nämlich bruch tiefen schiefer tiefen schiefer wir haben mal tiefen schiefer und hoch tiefen schiefer das mal so hin wobei kabel werde ich nicht komm hier machen wir mal normal stein machen wir mal hier normal stein rein stein ziegel packe ich mal hier unten ein stein ziegel so gemeißelter stein ziegel da so dann machen wir hier noch glas einfach damit ich hier auch glas noch mit drin habe so eine kleine sortierung wenigstens das dass ich da wenigstens ein bisschen sortierter kram habe so 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 das ding das habe ich später mal gucken okay habe ich noch bruchstein da ja buch 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 ein das ist kies das wäre sonst soweit normalen glatten stein das ist die uri steinziegel haben wir aber nämlich den den steinziegel stufen haben wir da noch so holz das ist fichte fichten holz so wollen wir natürlich schichten holz da mit rein da haben wir noch birkenholz bretter habe ich noch sand oder erde wir haben hier noch sand und geschnittenen sandstein und noch treppen noch mehr geschnittenen sandstein so diorit dann haben wir nämlich hier hinten noch granit hier unten noch granit amethyst kommt glaube ich auf der anderen seite hin weil da ja noch die kristalle selber gibt das ist tiefen schiefer fliesen basalt basalt so hier habe ich noch erde erde was so warte mal sand dann machen wir hier noch kies dies so ach so bürken 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 stämme habe ich hier noch ja fange ich hier mal armee mit ich bin zu blöd amethyst zu schreiben h y st mit y st amethyst h y st gut da kommen die blöcke mit rein einfach weil es ja eigentlich auch die kristalle die amethyst kristalle noch gibt deswegen dachte ich mir mache ich das mal so lieber habe ich eine spitzhacke ja aber die falsche ob ich denn meine da dann nehme ich hier gleich die öfen auch gleich mit muss nur was reinstellen ich glaube die öfen kann ich unten dann gut noch platzieren weil das kann ich dann sagen okay hier kommen wir platzieren hier jetzt den ofen zum beispiel das ist natürlich jetzt ein bisschen doof ist weil durch einmal schmeiße ich mal kurz nach da damit ich hier natürlich den ofen und den block wieder platzieren kann das ist ein steinziegel steinziegel da noch mit hin so na dann habe ich da auf jeden fall links so sozusagen da baue ich dann sicherheitshalber kohle hin damit ich auf jeden fall alles was kohle ist da drin habe so maragte diamanten habe habe ich jetzt gerade nicht im inventar müssten noch draußen sein da müssten da baue ich dann gold rein kupfer kupfer geht dann hier mit rein ob es dann noch mehr kupfer eisen vielleicht noch irgendwelche eisen sachen nöne mache ich hier noch feuer stein so dann hier um lapis la zu die lapis la zu die so ich würde sagen hier hinten baue ich dann kurz mal setzlinge die baum baum setzlinge baum setzen ja wa